Tausende Männer und Frauen aus Zentralamerika, die diese Mauer der Schande, wenn sie sie überhaupt erreichen, die, bevor sie diese Mauer der Schande überhaupt erreichen, auf einem alten Last zog, der Mexiko durchquert. Dieser trägt dort schon den Namen, das Biest. Laut internationalen Menschenrechtsorganisationen und mexikanischen Organisationen sind 60.000 Menschen auf den Transitrouten innerhalb Mexikos gestorben. Seit die Regierung 2006 den Krieg gegen das organisierte Verbrechen ausgerufen hat. So wird unter anderem auch Mexiko zu einem Friedhof für Migrantinnen. Auf das Mittelmeer, das die Grenze zwischen Europa und dem Maghreb markiert, ist heute ein offener Friedhof. Schiffbrüche ohne Hilfeleistung im offenen Meer sind Euro-Mediterraner Alltag geworden. Seit sie auch in Sichtweite der NATO-Patrouillenboote passieren. In den letzten 20 Jahren sind mehr als 20.000 Menschen im Mittelmeer gestorben. Allein im Jahr 2011 2000. Und viele mehr noch sind verschwunden. Diese Politiken des Todes, entwickelt von den reichsten Ländern der Welt, die Strategie des Beibehaltens, des Externalisierens und des Abschottens von Grenzen beinhaltet, haben sie in eine grausame Jagd auf Menschen, die migrieren, verwandelt. Viele internationale Organisationen und Netzwerke haben diese Realität seit Jahren angepandert. Um das Ausmaß und die Ernsthaftigkeit dieser menschlichen Tragödie verlangt es heute, dass wir unsere Kämpfe gegen diese Politik vereinen. Es gibt eine große Notwendigkeit der Weltöffentlichkeit, die globale Dimension der tödlichen Folgen von Grenze und Grenzsicherung in dieser Welt deutlich zu machen. Es ist absolut geboten, dass die Menschen in den Herkunftsländern gemeinsam mit den Menschen in den Zielländern, und damit sind sie gemeint hier, ihre Stimme vereint gegen diese Politiken und ihre tödlichen Folgen erheben. Deshalb wurde vor zwei Jahren vorgeschlagen, den 18. Dezember zu nutzen, um alle Initiativen und Kampagnen um Bemühungen für die globale Bewegungsfreiheit in der Welt in einer kollektiven Aktion zu vereinen. Und in allen Aspekten die Rechte von Migrantinnen, Flüchtlingen und vertriebenen Menschen zu verteidigen. Der 18. Dezember, der heutige Tag, soll ein Raum der Vereinigung und Vervielfältigung der Stimmen jener werden, die dafür kämpfen, dass Migrieren Leben bedeutet und es keine Toten mehr geben darf und keine verschwundenen Menschen. Dieser Tag soll da sein, um die Politiken und Strukturen zu verurteilen und zu bekämpfen, die von Staaten erzeugt wurden, um Migrantinnen zu verfolgen. Diese staatlichen Politiken tragen die Hauptverantwortung für diese Tragödie. Dieser Tag soll dafür da sein, das Recht auf Migration und das Recht zu bleiben und nicht verdrängt zu werden, das Recht auf Bewegungsfreiheit zu bestärken und uns anzueignen. Dieser Tag soll aber auch dazu dienen, derjenigen zu gedenken, die im Prozess des Migrieren getötet wurden, wo sie auch die Entscheidung für das Überleben getroffen hatten. Der Tag soll auch dazu dienen, Berichte und Dokumentationen der rechtsfreien Räume der Migration einzufordern und stark und verantwortlich zu machen für die Verbrechen, die sie in diesem Themenfeld begehen. Heute wollen Migrantinnen auf der ganzen Welt ihre Stimme erheben, um zu erfahren, wo die ihnen nahestehenden gestorben und verschwunden sind. Die Leute, die losgegangen sind, sie haben ihre Heimatorte voller Leben verlassen. Ihre Angehörigen und wir hier wollen sie lebendig zurück. Okay, das war der Beitrag der Organisierenden dieses weltweiten Aktionstages für die Rechte der Migrantinnen. 1991 haben die United Nations diesen Tag schon ausgerufen als Tag der Rechte der Migrantinnen. Die meisten Nationen, die den United Nations angehören, haben Verträge ratifiziert, die eigentlich zum Schutz von Migrantinnen da sind. Die Einhaltung, um die ist es jedoch sehr schlecht bestellt. Vor zwei Jahren wurde deswegen sich von migrantischen Organisationen auf dieser Welt dieser Tag angeeignet, um auf der ganzen Welt, wie hier, wir heute auch, Proteste zu erheben gegen die Politiken, die den Tod, die das Verschwinden und die Verunmöglichung von Migration verursachen. Wir haben heute aus einem besonderen Anlass, und weil sich gerade in Tunesien vor den Toren Europas Angehörige von Migrantinnen ganz besonders nochmal organisiert haben, einen Gast aus Tunesien, der zu dem Kampf der Angehörigen von Migrantinnen, die verschwunden sind und die gestorben sind, auf dem Weg Europa zu erreichen, zu erzählen.